Als Junge war ich dieser Pyro, der Rauch liebt. Heute noch bin ich dieser Typ, der niemals aufgibt. In Kreuzberg war nur wichtig, man stirbt nicht. Deshalb bin ich heute so harmoniebedürftig. Küsschen auf die Wangen, bevor die Klinge springen. So, jetzt bereichst du einen Test von Leslie, die Super Mad Dentist, gekauft bei einem Center Shop. So, nein. Das ist echt eine tolle Batterie vom CenterShop, ich glaube 16,99 Euro oder 17,99 Euro, super und das ist ein bisschen zu kommen.